Hallo zusammen, ich bin Viktor Lavrikov und ich begrüße euch ganz herzlich aus unserem Studio im städtischen Methodischen Zentrum Moskau. Tempel der Argumentation oder wie argumentiere ich richtig? Klingt langweilig, ist es aber nicht. In diesem Video erfährst du, wie du ein Argument aufbaust. Wie du richtig argumentierst und eine richtig gute Erörterung schreibst, erfährst du ebenfalls. So schlägst du jeden in eine Diskussion oder Debatte. Nach diesem Video seid ihr perfekt für jede Argumentation bzw. Erörterung gewappnet. Versprochen! Eine Argumentation besteht aus drei Schritten. Um sich den Aufbau der Argumentation gut merken zu können, male ich euch ein kleines Bild, anhand dessen ihr das Ganze immer wieder in Erinnerung rufen könnt. Zuerst kommt die Aussage, also die These oder auch Behauptung. Das ist es, worum es geht. Sagen wir mal, die These ist, das Beste für Patienten mit kranken Atemwegen ist ein Kuraufenthalt an der Nordsee. Dann wäre das das Dach unseres Tempels. Ein Dach ohne was drunter ist nicht sehr haltbar. Genauso wie eine Behauptung ohne was dahinter. Und damit kommen wir gleich zum zweiten Schritt, der Untermauerung. Hier belegen wir unsere These. Das machen wir zum einen mit Beweisen, zum anderen mit den Beispielen und zum dritten mit Zitaten von klugen Leuten oder selbst gefälschten Statistiken oder doch mit echten. Die salzhaltige Luft hat eine heilsame und kräftigende Wirkung auf die Atmungsorgane. Das haben viele ärztliche Untersuchungen bestätigt. Das wäre ein Beleg für die oben genannte These. Und nun noch ein Beispiel dazu. Seit ich regelmäßig auf eine Nordseeinsel fahre, habe ich im Winter keine Erkältungskrankheiten mehr. Trotzdem ist das noch nicht vollständig. Das Fundament unseres Argumentationstempels fehlt noch. Und da sind wir mitten im dritten Schritt, dem Fazit und der Zusammenfassung. Hier rekapitulieren wir noch einmal schnell und es ergibt sich unser Fazit. Also die Menschen, die Probleme mit ihren Atmungsorganen haben, sind auf die salzhaltige Luft angewiesen. Deshalb ist ein Kuraufenthalt an der Nordsee das Beste für Sie. Und nun möchte ich euch Satzbausteine geben, damit ihr euren Text noch flüssiger und besser formulieren könnt. Das Ganze bauen wir in einer Argumentationskette auf. Wir beginnen mit These beziehungsweise Behauptung. Wie kann man die These beziehungsweise die Behauptung des Textes formulieren? Dafür kann man Sätze verwenden, wie man kann davon ausgehen, dass... Weiterhin ist es zu beachten, dass... Außerdem ist festzustellen, dass... Bedenkenswert ist auch... Allerdings soll man auch sehen, auch wenn man bedenken muss, ist doch... Einer dieser Satzbausteine sollte euch auf jeden Fall verhelfen, eure eigene These oder die These eines Autors darzustellen. In eurer Beörterung. Nachdem ihr die These beziehungsweise die Behauptung formuliert habt, wisst ihr bereits aus unserem bekannten Schema, dass es um eine Begründung weitergeht. Man könnte sowas sagen wie... Könnte sich zurückführen lassen auf... Oder basiert auf... Statistik basiert auf Fakten, Zahlen, etc. Dann könnte die aber auch sagen... Resultiert aus... Also resultiert aus der Beobachtung über viele Jahre, resultiert aus meinen eigenen Erfahrungen... Unzweifelhaft ist... Wenn ihr ganz sicher seid, ihr wollt nicht diskutieren, unzweifelhaft ist das, was ihr sagt, das wäre eine weitere Begründung. Aber... Ein Grund dafür liegt in der Tatsache, dass... Wäre ein weiterer Satzbaustein für die Begründung. Aber auch... Findet seine Begründung in... Ist auch eine perfekte Überleitung von der These zur Begründung. Machen wir weiter mit dem dritten Schritt, in dem es darum geht Beispiele zu formulieren. Beziehungsweise in die Beispiele überzuleiten. Das kannst du wie folgt machen... Hier wird deutlich, dass... Folgendes kann meine Aussagen untermauern... Zur Veranschaulichung sei genannt oder gedient... Das und das... Als Beispiel sei genannt... Ein Indikator dafür ist... Dies und jenes lässt sich am Beispiel darlegen... Lässt sich darlegen an... Alles das sind mögliche Sätze, wie ihr eure Beispiele überleiten könnt. Beginnen wir nun mit dem letzten Schritt, dem vierten, dem Fazit. Für das Fazit habe ich eine ganze Reihe an Satzbausteinen. Denn das ist sehr wichtig, dass man das Fazit perfekt und auf den Punkt gebracht formuliert. Dort kannst du solche Sachen verwenden wie... So ist nachvoll zu ziehen. Der Meinung kann ich nicht zustimmen. Dementsprechend muss ich davon ausgehen. Deshalb kann ich mich der Auffassung anschließen, dass... Dem Gesagten möchte ich widersprechen. Die Behauptung zweifle ich an. Die Zahlen und Fakten beweisen das Gegenteil von. Deswegen kann ich der Behauptung zustimmen. Ich bin mit der Behauptung nicht einverstanden. Die Bedenken kann ich teilen. Auch der Experte XY führt an. Dem Gesagten stimme ich zu. Also jetzt will ich keinen Punkt machen. Dem Gesagten stimme ich zu. Punkt. Sondern dann natürlich noch eine Begründung im Fazit anführen. Ja und das sind diese vier Schritte und die perfekten Überleitungen von Schritt 1 zu 2 zu 3 und zu 4 findet ihr hier. Die könnt ihr euch gerne einmal abschreiben. Das lohnt sich auf jeden Fall. Denn damit könnt ihr eure Erörterung oder Argumentation oder Aufsatz. Was auch immer deutlich flüssiger machen. Und das macht definitiv eine ganze Note aus. Alles klar? Alles klar. Und das war es mit diesem Deutsch Video. Auf Wiederschauen. Blob mal auf jeden Fall! Ciao! Bye! Von Schle adjusting! Vielen Dank.